Wir fahren heute nach Kandaman und zur Fahrreise Ali, der den besten Kaffee in Tepes macht. Nun sind wir in Kandawan, einem 1000 Jahre alten Bergdorf, früher als Zufluchtsstätte für die Menschen, heute eine Touristenattraktion. Musik Hinter mir seht ihr die Wohnungen oder Häuser, die in Tufstein hineingehauen sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020